happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mech arena und dann werde ich mir sagen los geht's viel spaß ok die erste runde was ist das für eine runde ich spiele es war kein turnier am montag gibt es keine turniere die europa doppelggeist doppelggeist oh yeah Ja! Oh! Ich wusste gerade gar nicht mehr, wo ich war. Sieht aber schon mal gut aus, würde ich sagen. Ah! Ach, da ist ein Dachtüber. Ah! Aber es sieht doch nicht mehr so gut aus. Es sah gut aus. Bist du auch der einzigste, der lebt? Ah, super! Super! Das kann doch nichts mehr werden, wenn alle dauernd sind außer ich. Egal, egal. Erste Niederlage. So, ein. War der beste oder zweitbeste Spieler. LOL! Gut, dann werde ich mal sagen, wir gehen in die nächste Runde rein. Aber schön viel Medaillen gekriegt. Also, bis gleich. Die zweite Runde geht los. Schauen wir mal. Eigentlich sind die Runde immer so kurz, da könnt ihr eigentlich mal drei von spielen oder nicht? Ich mach heute erstmal zwei, vielleicht mach ich beim nächsten mal drei. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, zuerst. Ich bin ein Tank. Da habe ich mit Rakete abgeschossen, glaube ich, oder? Rache? Okay. Was gibt es doch nicht? So ein dummer Raketenwerfer. Den habe ich auch. Das ist doch nicht. So ein dummer Raketenwerfer. So. Oh. So. 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 Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Wenigstens eine Runde gewinnen hier. Komm ich drüber? Jawohl. Jawohl. Wow, nice, nice, nice. Nur noch einer lebt, der kann dahinter nur rauskommen. Ah, halbes Leben weg. Also immerhin Assistent. Das war's. War da noch ein. Nee. Zubi. Ich war nicht der beste Spieler, aber wir haben gewonnen, immerhin. Also wenn ich der beste Spieler bin, sind... Weiß ich nicht. Haben wir schon verloren. So, genau. Wenn ich der beste Spieler bin, haben wir schon verloren von vornherein. Dann weiß man das erst am Ende. Gut, dann will ich mal sagen, das war's schon für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch hier über seid. Bis dann, ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ich habe auch einen不好icians. Tschüss. Ich beden kann euch jetzt bald wieder zeigen, vielleicht ist es hier dran.